warte ist das die ich habe alles was ich brauche um unseren auftrag abzuschließen nur noch ein strohkopf wir müssen chase story hochladen nicht in die helix ich will dass ein paar leute sehen was wir hier gefunden haben ab ins untergeschoss gut gut aber ich finde die geschehen stecken ja jetzt weiß man auch wie das alles zusammenpasst zumindest mit drei und vier das will ich mal hoffen in der vergangenheit hatten die assassinen ein nobles ziel den frieden aber über die jahrhunderte verwandelte es sich in ein weit gefährlicheres freiheit was ist jetzt bloß ein kleiner doch folgen sie den lichtern und sie sind da versprochen sie sterben nicht wenn sie den lichtern folgen ich habe sie doch nicht verwirrt folgen sie den lichtern ich habe sie doch nicht verwirrt folgen sie den lichtern ja ja ich guck mal was passiert wenn ich das nicht tue ach hier kann ich wahrscheinlich später was machen gut gut versprochen sie sterben nicht wenn sie den lichtern folgen beeilung strohkopf jetzt kommt es darauf an ihr kommunikator sollte funktionieren die assassinenbruderschaft existiert noch heute und sie bleibt ihrer törichten sache treu hey ich bin ein tempelritter ich schütze die welt vor den assassinen heute haben sie mir in dieser rolle geholfen bitte starten sie die server ah eh das ding kenne ich noch das ist irgendwie aus äh dem letzten teil vom assassin street 4 auch wenn ich den nicht gespielt habe kenne ich den halbwegs es klingt aber nicht so geil hier also hier möchte ich keine hand dran legen hm so zum schluss nochmal was ganz kompliziertes würde ich sagen ja ja relativ einfach ja der große star des anime trainingsprogramms zeigen sie was sie können arrogantes arschloch wenn sie wollen master cross ich glaube mein training ist bald vorbei meinen sie nicht auch was ist so lustig ich hab mich in ihnen getäuscht sie sind nicht arrogant sondern einfach völlig verblödet oh ihr körper ihr geist sie gehören nicht mehr ihnen verstehen sie alles was ihnen bleibt sind stimmen ich leide nicht unter ihrem zustand meine animus sitzungen waren sorgfältig nein 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 meine stimmen sind geister tot daher sagen sie immer wieder dasselbe wieder und wieder und wieder und wieder aber die in ihrem kopf werden niemals sterben sie gehören jetzt ihnen ich bin demütiger diener des ordens ihr seid nicht mal mehr eine person ihr seid ein werkzeug eine waffe ein spielzeug wir sind hier fertig und in ihrer glorreichen neuen weltordnung ist kein platz für zerbrochene spielzeuge wie uns ok alle punkte bereit dann los ah das hatten das hatten wir schon sie haben alle erwartungen übertroffen laden sie mit dem terminal chase geschichte ins assassinen netzwerk wieso soll ich das jetzt ins assassinen netzwerk laden es wird zeit der bruderschaft zu zeigen wie schwach sie wirklich ist achso heute sind die assassinen schwach es ist nur eine frage der zeit bis ich den letzten finde und töte aber es genügt nicht dass sie sterben es passierte auf haiti es passierte in portugal ein riesiges erdbeben tausende tote dank eures verdammten manuskript schafft ihn hier raus sie sollen genau wissen wie schwach sie in wahrheit sind und ein jeder soll sehen wie sehr sie leiden an dem tag an dem wir uns gegenüberstehen begrüßen sie den tod den ich ihnen biete che hat recht was weiß der schon mehr als ich offensichtlich mein plan ist im gang ich habe keine weiteren aufgaben für sie allerdings ist chase geschichte noch nicht zu ende ich schlage vor sie sehen sich den rest an was ich bin super beeindruckt strohkopf sie zeigen einsatz und ja ich bin auch ein templar schon seit jahren ja aber das wusste ich doch die ganze zeit was ist jetzt daran so interessant das verstehe ich nicht so ganz naja error scheiße dann gucken wir nochmal hier was es hier so schönes gibt an den PCs so erster PC ok knapp b aaah ah es war ein fehler so. Oh. Was mache ich denn das jetzt? So macht man das. Rennspalter braucht man nur. Schön schön. Duncan Walpole erklomm die Rangleiter und wurde Meisterassassine. Aber er wurde von einer Bruderschaft ausgebremst, die ihn über das Meer in die Karibik schickte, statt einen Weg zu finden, sein Potenzial zu nutzen. Dort angekommen, machte Duncan Laureano Torres, den ehemaligen Gouverneur von Kuba und Großmeister der Templer, auf sich aufmerksam. In ihrem Briefwechsel bot Torres einen weniger blutigen Weg zur Erreichung der gemeinsamen Ziele an. Durch Benutzung der Vorläufer-Artefakte als Überwachungssystem, statt für die Morde und Intrigen der Bruderschaft. Leider wurde Duncan von Piraten ermordet, bevor die Templer ihm helfen konnten, sein Potenzial zu entfalten. Obwohl Dancans Geschichte kein glückliches Ende fand, zeigt sie deutlich, dass das höchste Ziel der Templer, Frieden und Ordnung, persönlichen Erfolg und Leistung, nicht ausschließen. Okay. Gut zu wissen. Hier habe ich dann alles. Dann zum nächsten. Ich frage mich, welche Leute hier unten leben. So. Äh, Reflektor. Okay. So langsam wird es etwas, äh, schwieriger. So, die beiden habe ich. Den kann ich... Den kann ich... Nee, den kann ich gar nicht... Den... 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 War ich hier noch einmal rumbringen? Oder auch nicht. Wer fehlt? Ach, der Innere fehlt noch. Ähm, ja. Warte. Wer? Der ganz äußert. Hm. Ah. Geht doch. Jetzt werden die Grätsel halbwegs interessant. Das kann man doch schon mal sagen. Sean Hastings war Universitätsprofessor mit dem Hobby, Abstergo-Geheimnisse durchzustechen. Seine Ermordung durch Abstergo stand kurz bevor, als er von Rebecca Crane, einer Assassinen-Hackerin, gerettet wurde. Seither ist das Paar unzertrennlich und leistet den Assassinen-Einsatzkräften technische Unterstützung. Hastings und Crane haben Abstergo Entertainment Montreal Ende 2013 infiltriert und waren für den Diebstahl von Verschlusssachen verantwortlich. Es ist unklar, ob sie den Virus übertragen haben, der den Helix-Servern gerade zusetzt, oder ob sie nur die Tür für andere Hacker offen gelassen haben. Rebecca Cranes Können sollte nicht unterschätzt werden. Sie baute den Animus 2.0, eine Assassinen-Version von Widdigs Originalmaschine. Sie scheint auch hauptverantwortlich für die Einrichtung eines neuen, sichereren Assassinen-Netzwerks zu sein. Wie es scheint, sind Crane und Hastings in der Bruderschaft befördert worden. Es gibt Gerüchte, dass sie jetzt eine Art Hacker-Kollektiv namens Die Eingeweihten betreiben und versuchen, sie auf die Assassinen-Seite zu ziehen. Ah, also Sean und Rebecca leben noch. Das ist schön. Ja, wie gesagt, ich habe das Ende vom 4 nicht mitbekommen. Da ist der Festplatten-Crash-Ever und deshalb nichts mehr da, was schade war. So, ab nach draußen. Da waren wir schon. Das bedeutet, es geht zurück. Der Schnipsel von Chase-Daten bleibt noch zu erkunden. Ein kleiner Abstecher, aber Sie sollten es sehen. Oh ja, ich wette, da kommt noch was, was nicht so geil ist für Abstergo Entertainment und die Templer. Mal gucken. Aussehen kann ich hier jetzt noch ein paar Computer durchsuchen, was ich sicherlich auch noch machen werde. Denn das finde ich eigentlich immer am schönsten, so die Computersachen. Nein, hier war ich schon. Also, ist eigentlich so das, was man am liebsten macht. Das ist so die Grundstory, die auch einen eigentlich interess... Ich finde, die ist immer interessanter als die Hauptstory. Und jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Scheiße. Warum funktioniert das nicht? Ja. Hier ist ja das Klo. Das Klo, das Klo, das Klo. Oh ja. Diese handgezeichneten Animationen sind fantastisch. Wir machen hier gute Fortschritte. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl. Und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Hm. Gut, dann müssen wir weiter. Dann finden wir hier nichts weiteres. Aber vielleicht finden wir ja ganz oben noch was. B. Und zwar im CEO-Gebäude. Was der dazwischen laden muss. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Ding hier als... Dass der Aufzug als Ladepuff erreicht, aber... Scheinbar ist das nicht so. Scheinbar ist das nicht so. Scheinbar ist das nicht so. Natürlich. Ich habe es 울 Gestalt.